gut ich habe mir mal ein handtuch geholt ich weiß nicht was das ist das ist ganz schlimm da würde ich doch gar nicht hin ich muss auch darüber ich muss doch hier zur schwarzen wacht da will ich doch erst später hin warum ist der jetzt tot so wie wir sind wieder hier hinten dran so licht licht breche und wehe du schickst mich noch mal da hoch gefährliche materialien stefan in der schwarzen wacht möchte dass er nach volt haus geht und all das erledigt was trakugurig aufgibt während ihr dort zeit sollt ihr fünf geerntete seuchen kristalle stehen warum machst du es nicht selbst ich mache mal den hier hinten hin dann kann ich nämlich hier die taschen zu machen wir fliegen jetzt wieder hoch und machen oben die die verwandlung an hallöchen popierchen so da ist das hier null toleranz trakuguru in volt haus möchte dass ihr zum reliquia des schmerzes geht und das ermächtigungs zepter auf ein diener von trakug anwendet um anschließend mit seiner hilfe damok zu töten hier sind diese geernteten seuchen kristalle gefangener häuptling der trakari ich kann die jetzt auch einfach neu machen so warum schlägt die dauernd fehl drecksack so ich glaube wir müssen jetzt hier hoch oder auch nicht was bringt für drei ein diener von trakug unter eure kontrolle unten ok ach da drüben damok erschlagen kann ich den auch einfach so kill ja kann ich auch machen ja da brauche ich jetzt nicht hier irgendein ach hier diener von trakug das sind die hier den hätte ich jetzt so gesehen in meinen bann bringen müssen und dann hätte mir der geholfen das wieder an man sieht sich genau so und wieder zurück bin ich richtig ja ich glaube das war die letzte quest für für die schwarze wacht jetzt ich bin mir nicht sicher aber es könnte sie gewesen sein könnte müsste blablabla ach komm du weißt doch ganz genau dass da noch mehr christ kommen nein weiß ich nicht ist es schon zu lange her so bitteschön weiter beenden sabotage stefan in der schwarzen wacht möchte dass er eine weitere aufgabe für trakug erledigt zusätzlich mit dazu müsst ihr an fünf geisel war geiselwagen im reliquia des schmerzes sprengladung anbringen das ist dann aber die letzte weil danach kriegen wir abzeichen der spitzelst spitzelst und ein gegenstand der so heißt bekommt man normalerweise als letztes so das sind die dinge hier oder geiselwagen 10 sekunden 10 sekunden abklingzeit das ist kein geiselwagen da hinten ist einer ja es gut ist dass wir so hoch sind dass die uns nicht sehen selbst wenn wir hier die ganze zeit in der nähe von denen sind machen wir zuerst die eine quest so wo ist hier noch einer war hier drüben noch irgendwo einer da ist noch einer ach da tun sie noch zwei ok der ist kaputt dann immer den hier hatten wir den nicht erst oder brauchen wir den hier vorne nö der hat auch gerecht dann einmal wieder nach oben ab nach oben mit dir mach dich hoch und dann verkleidet dich hallo trakugou brennstoff trakugin holtaros möchte dass sie das zepter des befehls auf die aufgeblähten monstrositäten anwendet und dann ihre fähigkeit dazu einsatz um 60 schädelbärster der trakari zu töten und drei häuptlinge der trakari hervor zu locken die häuptlinge tauchen erst dann auf wenn genug schädelbärster getötet wurden ok dazu müssen wir wahrscheinlich wieder runter und das müssen wir dann hier drüben machen aufgeblähte monstrosität da steht auch eine hallo schön zum scheppel muss das auch noch so machen so aufgebläht aufbrechende nähte helfen so mach mal was kann ich die hier auch killen wenn die zählen nicht warum zählen die denn nicht und das finde kacke das finde ich nicht sehr nett so und jetzt aufbrechenden ah ja ok ok also wir holen uns jetzt so ein ding hier wir haben da jetzt aber auch ganz schön schaden gekriegt hier so dann bewegt sich mal dahin ich muss mal jetzt überlegen wie ich das am besten mache ich hole mir den jetzt hier so alle auf mich alle auf mich nein du bleibst passiv so ja so ist es schon viel besser aber jedes mal dahin laufen was passiert eigentlich wenn ich die hier angreifen ja dann werde ich wieder ok komm her komm mit eifer biebst passiv bloß nix angreifen mein freund ja ich muss aufpassen dass der jetzt nicht stirbt ich muss mal was anderes probieren dadurch dass sie mich ja nicht dadurch dass sie mich ja eh nicht angreifen also treffen muss mal kurz was probieren so auf passiv einstellen 8 ey so komm her das ist so eine tricks quest und schön passiv bleiben das ist so eine wenn ich da geht oh stirbt geisseldreck ah ok heißt jedes mal wenn 20 stück gekillt wurden kommt dann dieser trottel ok ja wir machen jetzt hier noch einen die werden gleich wieder abhauen so bei fuß also ganz hey diese quest hier ist das allerletzte die ist so kacke so komm fort mit gut gut ich würde sagen wir gehen einmal kurz hier vor und dann machen wir morgen weiter gut dann bis morgen hin mal dann eu habe E Vielen Dank.